Servus! Servus Leute! Du siehst an der Grenz! Das war gerade oben! Wir sind immer schon untergekommen! Wir haben vor Ort selbst! Wir sind hier eben weiter! Oh Gott! Soll denn das sein? Ein Garleg! Ein Garleg-Müllstern! Yes! Geile Grafik! Das ist schon geil gemacht! Da verfolgt ein Leidlandy! Jetzt! Das wird das Leidland verfolgt bei uns! Oh! Das wissen wir schon. Sachlinge ist open. Sicher. Yes. Oh, er folgt uns. This is just the Christian word. 0000. That's not good. Achtung, der Folkungsfeige. Ja, ich weiß. Oh, ich hab Schiss. Wo war's? Schau raus. Was soll ich hin? Ah, dann. Toll. Vikant, wann? Hat sich das geopent? Einen wird wieder dahinter? Weiß ich nicht. Scheiße. Ich bin auf nem Kreise. Oh, das ist okay. Flimm als Fliege. Hm. Scheiße. Was machen wir jetzt? Da mit links. Dann da raus. Scheiße, halt. Weiß ich nicht. Ich will doch nicht wissen. Scheiße, exit. Da wollen wir nicht hin. Hä? Was soll ich denn geopent haben, bitte? Sind wir genau wieder an den Punkt, bevor wir gestartet sind. Krass. Das ist das Gas nicht wieder. Scheiße. Scheiße. Scheiße, scheiße. Da muss aber was sein. Noch nicht bescheuert. Scheiße. Scheiße. Wenn sich Samstag was geopent hat. Übersetzt. Irgendetwas hat sich geöffnet. Ja, äh, was denn bitte? Irgendeine Tür, glaube ich weiß, aber wo ist die Scheiß Tür? Das ist der Ex. Geil. Hier steht ja auch für den Traub. Ja. Ja. Juhuu! Da nicht was. Inside! Dreizweick, drei, zwei, drei. Drei, zwei, drei. Drei, drei, drei. Was muss man sich daran erinnern. Eh... eh was genau. Sonst noch was? Nee. er hat noch nicht gesehen ich habe noch nicht gesehen ich bin ich bin ich weiß nicht okay da geht es auch nicht wie gesagt der neue Tonqualität der Kreis Mikrofon Schatten was ist das was war der Kurs 323 3 Ufff Don't look big Scheiss Ufff Danger Was ist hier? Das sind die gleichen Türen Das ist bestimmt das Abteil das jetzt offen ist Ufff Oh Gott Oh Gott Ufff The thing I found was some batteries While I was searching I was notified of something way in the distance I could barely see and I'm not sure we are staring at the If it was real I'm standing to the Hallunizationen I think it looked like a tall a tall human being a tall human being but with strange befallen hands it didn't move when I noticed that it was that it disappeared as soon as he tried as I tried to came closer after that after that I started to have some kind of headache this is the thing which was following me in the forest it was going on in there what's going on in here what's going on in here I'm feeling like I'm losing my mind I've heard that there I've heard that there's a mansion in this area in this area maybe I can find someone in there or the working phone at least I don't feel safe anymore Achtung Achtung Ich hab eins Brava Brava Yes and now Nix Flam Bail Gezündlich Oh, ein Schlüssel Progress Save! Found Dimension Key! Oh, Ficky Steala Geh AHHHHH Yes Here is the thing there He was We have to go out We have to go out Yes, we have to go out We have to go out AHHHHH SHIT SHIT Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck What are you doing? We have to change I played Oh, no Just start Warte ich noch Okay Aber wenn wir oben sind, machst du weiter einmal Oh, okay Boah Schei Soll ich rechts oder links weiterlaufen? Weiß ich nicht Ich würde links weiterlaufen Oh, Mann Ich will nicht schuss Ich fühle mich schon wieder um Schuss Ich will noch ein Schuss AHHHHH 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 Ich kann nicht laufen Nicht mehr. Scheiße! Musst du rechts. Ja, Stalla. Ruh, hu, hu, hu. Gebt, 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 gebt! Ja! Juhu, hier löscht es! Themawechsel, bitte! So. Jetzt geht's weiter. Wir wechseln mal ganz kurz, ne? So, hier. Es ist nicht gerade das ungrossigste Spiel, also es gibt schon Gas, würde ich sagen. Hör hier nicht hin. Du musst zu den Menschen, also zu den Menschen, zum Gefängnis. Weißt du es? Weißt du nicht. Geh einfach mal da, wo du noch nicht hingegangen bist und schau den Typen. Es flimmert, mit dem nicht ins Gesicht. Vielen Dank. Er hat kein Gesicht. Ach, da sind sie schon, da sagst du, da sind sie. Denn du bist sehr talentiert. Äh. Es war ein Hammer. Die links, genau. Es war ein Hammer, glaub ich. Irgendwie. Wenn ein anderer Nackt am Ende, wenn man wieder rausgegangen ist, immer so da, 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 da. Scheiße. Da ist ein Schlüssel. Wo? Da kommen wir aber nicht rein. That's not good. That's the end. Der Zaun. Nein, ich kenne den Zaun nur. Die 8 Pages. Wieso flimmert das durchgehend? Könnt sich anscheinend so. Wird immer guter. Oh Gott. Was? Germans, das steht weg. Was? Das sind Terrorgeist. Was? Das ist das? Das ist das? Unser Haus? Nein, da waren wir schon mal. Ja, das ist unser Haus. Die Menschen, das waren doch die Menschen. Wo da? das müssen die Menschen gewinnen sein. Wir brauchen irgendwas zum Aufbrechen. Vier rechts. Ja, Hammer, aber den kriegen wir doch auch woanders her, oder? Ja, wo denn her? Ja! Das ist ja gar nicht so. Oh mein Gott! Ich hab gerade das jeder jetzt. Da geht's zu den Menschen, hätte ich gedacht jetzt. Wer ist das? Da waren wir doch gerade. Echt? Geh mal rechts außen vorbei. Rechts außen, okay. Ja, scheiße. Kann es sein, dass der Hammer von Madalagube vielleicht schon mal war oder so? Da ist ja noch so ein Ding. Ja, das ist genau das gleiche. Ich hab's einfach mal ein, einmal außen rum. Dann geh mal zu den Hindernissen, wo wir schon waren. Gleich. Weil da liegt ein Hammer drin. Glaub ich, da lag irgendwo einer. Oder bei der Baustelle. Kann sein, dass das noch mal war. Ja, aber wo war die Baustelle? Ja, geht den Weg da lang, es gibt ja drei, vier Hindernisse, nur einen, vier. Ach so, okay. Ja, also soll ich, das ist ja, nein. Da gibt's auch keine Map, oder? Nee. Also, glaub ich zumindest. Ich will mich irgendwie nicht umdrehen, gehört. Meine Taschenabendung hat immer schwächer, geil. Da ist die Baustelle. Da sind wieder Batterien, jawohl. Hast du die genommen, ja? Da ist ja, da ist nichts. Wieso tut's denn so komisch? Hast du schon immer so? Wieso will meinst du flimmern? Ist ja schon seit immer da. Irgendwie... Du meinst, dass du am Stick saß im Fernsehen? Ist ja sehr, sehr weit auf den Fersen. Sehr, sehr weit auf den Fersen. Na wohl! Wer ist mit was ich? Oh, geil, da sind die Mansions. Okay, geht da hoch, fast hier nichts. Okay, Zettel. This place is a dead end of the world. There is no one here, so I have no working phone. God, goddammit, I am actually trapped in this forest. I walked over the fence or the way mansion, but the creature immediately appeared on the other side, waiting for me. It's everywhere, it can say how to run. It's everywhere, and it will not let me escape. I constantly look back if I... To see if it's there. It almost seems that one more look at it, and one more painful headache comes. What the hell is happening to me? For fuck's sake. I can't hide anymore. I was killed this... I will kill this thing. I will kill this thing. I'm going to the sawmill. They're gonna be a kind of weapon or the chainsaw at least. I will care that a bunch of... a bunch of... a bunch of... a bunch of... even if it's the last thing ever I do. Der ist voll talentiert in Englisch. Ich will einfach weggehen. ich will einfach weggeben. I want a whole damn happens. Kann ich denn was irgendwie hier im Haus ist? Ja, das kann gut sein. Du bist voll Englisch qualitiert. Respekt. Ah, da kann man sich Musik anheben. Wer ne leg me... Geh mal wann? Oje, Mann! Prozent Wollt ihr ausgehend Wollt Wollt Party vorbei Hälfte das Haus verlassen bitte Ach so Scheiße du Da was ist das? Schaut den Hauer hin Ach das ist für die Uhr da unten Ne warte ich suche aber noch die anderen Räume da links k Was war das? Was war das? What the hell is that sound? Habe ich Angst! Okay, okay, okay. Da, 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 auf dem Tisch liegt was. Links. Das baut der... Achso! Fick dich. Ich habe Angst, Alex. Fick dich. Der Spiegel ist gebrochen. Nee, der war schon gebrochen. Echt? Soll ich raus? Ja, ja. Pack das Fenster! Das Fenster. Das ist aufgebrochen. Der ist da, Alex. Something is in the house. Oh, pack die Wand. Was war das? Something is in the house. Die Tür da. Welche Tür? Die da. Oh, fuck! Du vollst entfällig, mein... Oh, scheiße! Hat der Atter gespeichert? Weiß ich nicht. Ja, am Anfang. Woher jetzt gerade? Wo du die Tür reingegangen bist? Nein, wo ich ins Haus gekommen bin. Achso, ja, das ist blöd. Dann müssen wir so weitermachen. Oh, man. Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! erinnert erkennt aber er muss dann noch sein muss da was das ist doch irgendwas Prozent da können da ist der Hammer für die Scheißding für den, für die Mensch, für die was auch immer. Ich kann mich nicht mehr raus, Alex, glaub ich. Doch, geh einfach wieder zurück. Achso, das meinst du okay, nachher. Ah! Ich hab Angst. Ich bin in der Nähe, ich bin in der Nähe. Ja! Ende! Ende! Wir machen einen Weg. Okay, wir machen jetzt eine Folge, schloss du. Okay, wir sagen jetzt nochmal, okay. Das war die erste Folge, er hat uns einmal erwischt, das war's dann. Ja, okay, gut, ja. Ja, ja, voll scheiße. Ja, wir leben noch, cool, ne? Tschau! Servus!